Das ist doch schön, Quarantäne im Skiort. Oh, Radisi, du bist das Ziel der Beschissenheit. Das heißt, der sieht mich wahrscheinlich. Ich bin in der Hütte innen drin und mache direkt erstmal einen Fähigkeiten-Check. Ich bin in seiner Hütte. Shit, fucker. Wenn du dir das, wer es sein könnte, könnte. Vielleicht sollte ich mal eher hier so hingehen. Ich glaube die Hälfte ungefähr. Okay. Gerade Viertel. Michael! Der Best-Killer. Michael Myers. Mach nicht nur das. Fuck, er hat mich verloren. Er hat mich verloren. Jetzt habe ich aber auch Angst, nicht zu sehr über mir steht und platzt mich die ganze Zeit an. Oh, er hat sich hochgelevelt. Ja, ich sehe ihn noch. Na, dann sieht er dich wahrscheinlich auch. Ich glaube, er beobachtet Leute, die an einem Gen sind. Na, das ist schlecht. Und guckt da und guckt Richtung Gen. Jetzt läuft er zu denen. Ich renne wieder zu meinem Gen zurück. Okay, meiner ist gleich fertig. Fuck, er hat Level 3. Okay, ich bin fertig. Ich gehe jetzt hoch und warte meine Runde. Oh, geil ey, der Sound. Aber hat mal Herzschlag, der Mann. Ja, ja, er ist bei mir in der Nähe. Er ist in der Mitte bei der Hütte. Ich höre ihn zumindest, aber nicht laut. Es ist so gut, es wie... Oh, habe ich mich erschreckt? Ich gehe gegen ihn, er verfolgt wen. Sehr gut. Oh, ich habe gerade fast den Hüfteln gecheckt, versaut. Na, da gehe ich jetzt nicht runter, es ist zu unsafe. Unsafe, ma. Wo bist denn du? In seiner Hütte. Weiß ich nicht, es ist halt am Rand der Map irgendwo. Ich bin gleich fertig mit einem Gen. Mach einen weiter. Na, warte mal. Wenn du fast fertig bist, dann... Ich such dann erstmal... Ah, hier ist einer an. Ich mache den Gen, der an ist. Oh, nee. Ich bin rechts von dir. Wenn du Richtung Mitte guckst, rechts. Da, wo der Gen jetzt gleich angeht. Die eine macht gar nichts, die steht hier nur rum. Da bin ich. Äh, ah, da, okay. Oh, shit. Da aber nicht hinkommen. Da ist einer mit der... Der macht nichts. Aber was machst du in seiner Hütte unten drin? Ich habe eine Kisch durchwühlt. Okay, der eine wird gleich gekillt. Ja, macht nichts. Nee, nee, das mache ich. Ja, die wurde gekillt, die macht nichts. Die bewegt sich nicht. Ah, das ist da. Dann rette man die nicht, ne? Nee, den retten nicht. Er läuft in eure Richtung, glaube ich. Ja. Er rennt zur Hütte in die Mitte. Er verfolgt wieder denselben Typen. Die, die hängt nicht... Ja, stimmt. Ich bin am nächsten Jen. Okay. Ich bin auch an einem Jen-Gleid. Nein, das ist gut. Nee, er kommt hierher. Ich sehe ihn zum Glück. Sie hat ihm eine reingewärmst. Das ist ein Er. Shit. Das ist ein Guter. Den müssen wir retten. Ja, ich rette den dann. Ich bin da in der Nähe. Ich kann mal daneben drücken, aber... Dass er weiß, wo ich bin, aber... Oh, er bringt den Menschen weiter. Na, dann mach dein, äh... Jen fertig. Ich hab da noch nichts gemacht. Nein, nein, ich hab da noch nichts gemacht an dem Jen. Er geht nach... Von dir weg. Er geht zu der anderen, die hängt. Oh, die andere kämpft. Damit ist sie tot. Die drückt ja nicht. Ja, ist... Er kommt wieder durch die Hütte, Richtung... Nee, ist weit weg. Dort, wo du herkommst. Geht nach rechts. Nee, nach... Genau da, wo du hinrennst. Da musst du hin. Er rennt scheiße. Er rennt scheiße. Ich bin gleich fertig mit dem Jen. Ah, nee, da. Oh, da bist du gewesen. Da, wo du... Sehr gut, da ist der nächste Jen. Genau zwischen uns. Und hier ist auch der Ausgang. Bist du bei mir? Ja. Wo denn? Auf der anderen Seite, deswegen ist es doch rot. Ah, okay. Oh Gott, der andere, der ist dann tot. Egal. Wenn wir das jetzt durchziehen, direkt rechts neben dir ist der Ausgang. Er kommt... Ich bin sicher, dass wir das schaffen. ...in unsere Richtung. Er kommt in unsere Richtung. Langsam aber... Von wo kommt der? Von dir hinten links. Ja. Wir sehen ihn. Ich sehe es. Ich ziehe weiter durch. Ich will ihn ablenken. Nee, nee, nee. Da ist ein Brett. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, ist bei mir. Wow. Fuck. Neben. Ich mache ihn mal weg. Ich mache das Ding weiter. Wo? Nehm, du Arsch. Mit Ohren. Er ist bei dir, er ist bei dir. Mich hat er natürlich. Okay, scheiße. Da ist auch direkt der Haken. Oh, er haut ab. Das ist gut. Nee, nee. Heil dich hoch. Er ist hinter dir her. Ich kann... Ja, stimmt. Ich heile mich mal hoch. Mach lieber den Jen fertig, dann stehe ich nämlich wieder. Ist der fast fertig, oder was? Ja. Er ist oben in der Hütte noch. Schaffe ich den? Ja. Er ist noch nicht hinter dir. Jetzt ist er gleich da. Er ist gleich da. Ja, von wegen, den schaffe ich. Naja. Mich hat er jetzt. Naja, das war es für mich. Wieso? Naja, weil ich keine Chance habe aufzustehen. Ach so, fuck. Ja gut, ich kann ja versuchen, mich raus... Also rauszusprechen. Ich habe geblättet, dass du es schaffst. Und es hat auch nur noch, äh... Nicht mal mehr. Es war nix. Es war eine Pixelreihe. Ich versuche zu entkommen. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich lasse mich killen dann halt. Wo ist die Luke? Es war wirklich eine Pixelreihe. Er versucht mich zu finden. So. Wenn er jetzt natürlich die Luke vor mir findet. Ist hier die Luke? Aber höre ich sie nicht. Scheiße. Ja, that's it, ne? Ja. Da ist er. Hallo. Jetzt wäre es halt geil, nochmal so eine letzte Chance oder so. Kannst dich komplett hochheilen. So was habe ich ja, eigentlich. Aber diesmal hatte ich es nicht dabei. Sonst wäre es gut gewesen. Es ist halt wirklich das Problem, wenn ein Mitspieler gar nicht mitspielt, ne? Sondern... Ja. Es hätte uns mehr Zeit... Weil wir waren nicht schlecht. Nee. Wie bitte. Was? Jetzt Entscheidungsschlag. Oh, was? Man müsste sich hochheilen können und das würde aus den Herauswinden auch mit angerechnet werden. Oder? Das müsste bei Herauswinden mit angerechnet werden. Alter, ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Nein. Nein. Oh, dead. Bye. Oh, mo. Ich kämpfe. Na gut. Das ist Michael. Michael ist der Beste. Michael ist einfach zu gut. Alter, es war einfach so knapp. Es war auch zu risky. Wenn der mit der hoben der Klinge ankommt, dann darfst du einfach nicht durchziehen. Na, ist wegrennen. Es war zu dumm. Ja, das stimmt. Ja, ich hab auch irgendwie gedacht, ich weiß auch nicht, aber der war so schnell. Mann, warum kann ich denn hier nicht? Es war aber ganz knapp. Bei mir hängt das an dem Bildschirm hier. An dem Wecklaufbildschirm. Ja? Ja. Ich kann nichts weiter drücken. Die verfallene Gustel. Äh. Die verfallene Gustel ist es. Coolstel würde ich sagen. Coolstel. Die ist gut, die Map. Oh, ich bin an einem Jen, da kann ich nur alleine dran. Bin auch an einem, aber bin... Oh, er ist hier. Spook, bei mir ist er nicht. He's next to me. Geil. Einfach mal direkt instant bei ihm spawnen. Hat er nebengehauen. Oh, du bleibst gerade durchs Feld. Oder? Ich hab mir eine reingedrückt. Wer ist es denn? Äh, dieser Gunman. Ah. Es klappt nicht. Ich kann diese scheiß Palette nicht umwerfen. Es geht nicht. Ich hab wieder dort gelauert. Und sie macht es nicht. Hat sie irgendwie die geistige Behinderung? Du musst so gucken, dass auch R1 natürlich auch da steht. Ja, oh, vielen Dank. Es geht halt nicht immer nur, wenn du nebendran stehst, aber sie nicht richtig anguckst. Ja, was heißt anguckt? Ich versuche ihn da hin zu locken. Es ist wieder derselbe Scheiß wie vorhin. Lass mich kurz den Jen hier fertig machen. Bei mir ist wer. Oh, nee. Ich werde gerettet. Er ist bei mir. Oh, er hat mich echt angeschossen. Sein Fick, Fickette. Fickette? Ja. Kann doch nicht sein, dass ich immer diese Dinger nicht umwerfen kann. Mach die das nicht. Oh, die auf den Hinterschädel. Bist du mit dem Hirn rauspuckst. Ja, es hat auch nicht funktioniert bei mir mit der Kacke. Ja. Was ist das nicht? Nee, ich war zu dumm. Ich war zu dumm. Mein Jen ist fast fertig. Ist der da, wo du hängst? Ja. Er wird uns dagegen treten. Er kommt erst mal auf mich zu. Nee, er hat nicht dagegen getreten. Wer weiß er denn schon, wenn ich hier bin? Heil dich! Meine Fresse, da hängt es ja eine halbe Stunde da. Mann, glotzt sich wieder auf die Schnürsenkel. Du sollst deine Wunden zupobeln. Woher wusste der denn nicht schon, wenn ich hier bin? Oh, Mann! Really? Really? Der kann da abkürzen? Du stinkst nach Frikadellenwurst. aus deinen Haaren. Ich hasse den Killer jetzt schon. So, ich bin am Fighten. Mach jetzt deinen Jen dahinten erst mal fertig. Ich heil mich jetzt gerade mal erst. Nein, mach den fertig. Mach fertig. Nein, er ist zu drei Viertel erst, weil er dagegen getreten hat. Ja, er ist schon wieder bei mir. Okay, ich werde gerettet. Der hinten macht auch. Dein Jen muss fertig werden. Das geht nicht, er ist bei mir. Er hat gesaved. Ja, der one-hitted. Verflucht. Aufgezerrte Hoffnung. Keine Ahnung, was das für ein Fluch ist. Der Typ geht mir jetzt schon richtig schön. Mir auch. Alter. Ihr müsst Totems kaputt machen bei dem, wenn ihr Fluchtotems findet. Was gut ist, muss ich auch. Ja. Ich heile mich und dann komme ich zu dir. Komm mal. Ach du Scheiße. Down the street, I'm running. Und dann rechts von dir hin, ne? Rechts und dann heile ich dich. Wow. Wow. Schnell. So, hier irgendwo schon hinhocken. Ups, Entschuldigung. Okay, ich sehe ihn erst mal nicht. Der andere macht einen Jen. Der macht deinen, glaube ich, fertig. Oh, fuck. Ich brauche gerade einen Herzschlag. Ja. Vermutlich mal, er kommt von dort. Ich habe es nicht gesehen, wo du hingezeigt hast. Da, wo du hinrennst. Ah, der hat einen Fluchtotem kaputt gemacht. Oh, ist gut. Willst du vielleicht retten? Ne, der rettet der andere Typ. Oh, shit. Er hat einen Geradle. Die Briegel. Die Brügel. Hier ist ein Jen. Mach den Jen, ich rette. Ich mache einen Jen gerade. Gerade angefangen. Fuck, ey. Okay, ich save. Halt die gleich. Ich muss erst mal retten. Ach so. Stimmt. Ich hoffe, er sieht nicht, dass ich jetzt hier drin bin. Oh, der andere hat sich befreit. Mach bitte mal drei Jens. Ich bin direkt am Ausgang im Schrank. Ah. Ich habe die Hälfte von einem Jen. Das dauert halt einfach ewig. Oh, die anderen machen auch einen Jen. Ich bin dann halt tot. Alles egal. Der hat mich echt angeschossen. Ja, ja. Der knallt ihn ja alle an. Fuck. Irgendjemand bringt ihn her. Ja, ja. Er hat mich schon wieder. Komm doch her. Komm doch her. Lass mich. Er tötet mich auch noch. Er macht einen Fick-Mori mit mir. Alter, ist das ein brutaler Kill. Irgendwie bist du kurz in die Knie gegangen, ne? Hoppala. Er hat schon gar nichts gedrückt, aber okay. Naja. War halt schon gut, ne? Die anderen sollten sich mal heilen. Genau, du zum Beispiel. Fuck, ja. Ich habe aber nichts. Er hat dich nicht gesehen. Bleib doch mal ruhig. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Nein. Das ist doch hinter der anderen her. Ah, nee. Das bist du gar nicht. Natürlich bin ich das. Ich habe bei der anderen Clodette geguckt. Alter. Ja, that's for me here. Hakenschlagen bei ihm. Was machst du da? Ja, das ist der Jen, der fast fertig ist. Haha. Your face, Alter. Ah, nein. Das ist boah's luck, würde ich mal sagen, hä? Geh mal in den Schrank rein. Auf jeden Fall. Oh Gott. Oh nein. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Ja, ich habe nichts gesehen. Der war zu nah. Na, das war's. Alter. So einen guten habe ich noch nie erlebt. Aber ich finde, der ist bestimmt ganz einfach. Nee, der ist eigentlich ein Scheißkiller. Ja. Aber der ist gut. Der hat bestimmt viele Perks gehabt. Fluch, Totem und den ganzen Kack. Mal schauen, wie die anderen zwei sich noch schlagen. Ach, ärgerlich. Ich habe auch wieder so dumme Fehler. Ja, ist halt so. War doch klar, dass der mich da sieht. Entschuldige. Ist er hinter der anderen her? Nee, auch nicht. Zwei Gems noch. Das ist schon viel. Der andere versteckt sich noch am Ausgang. Ja, die versteckt... Die andere SS, das geht ja mal gar nicht. Stümmer Schrei. Hier, nimm meine Heilpackage. Und mach den Gem fertig. Genau, sehr gut. Oh Gott, der ist ja da zwei zurückgegangen. Er ist auch nicht bei der anderen. Er ist gekommen, Baby. Die heißt sogar... YouTube. Oh, er hat sie getroffen. Alter. Ach, ich dachte, der kann die dann direkt nehmen. Aber der verpasst dir nur einen Hit. Nee, mit tiefe Wunde. Die du erst heilen musst, bevor du dich heilen kannst. Okay, aber er kann damit eigentlich nicht killen, oder was? Naja, wenn er dich jetzt nochmal trifft und ranzieht, vielleicht schon. Die andere macht einen Gem, das ist gut. Oh oh. Ja, das ist immer... Man braucht einfach dieses schnelle Durchsprinten. Dieses Perk braucht man. Alter, was der für eklige Geräusche macht. Wie so ein Traverser. Also an ihrer Stelle würde ich die Beine in die Hand nehmen und die Luke suchen. Sie ist ein Teamplayer. Auf jeden Fall, aber er wird wahrscheinlich schon da irgendwie hin zielen. Wahrscheinlich. Oh, Herr Baller, der hat sie schon wieder am Schlawitt hier. Zack. Ja, gut. Oh Gott. Hat sie sich hochgehalten? Bisschen. Ja, sie versucht es. Die andere dann im Sunnykasten, sehr gut. Warum rennt er denn wieder weg eigentlich? Na, er sucht sie. Er wird das auch machen, dass beide am Boden liegen. Na, ich clever, aber... Oh, der gibt ihnen eine Chance. Hätte er bei uns mal machen können. Oh. Er ist bei der YouTube-Frau. Ja, ich weiß, ja. Aber jetzt nicht mehr. Bei der anderen ist er auch nicht. Die heilt sich. Mit meinem Heil-Package. Aber das ist ja auch gut so. Dafür ist es doch da. Ja. Hat gereicht. Zwei Genzel. Ja, genau. Geh zu dem. Du bist fast fertig. YouTube. Wer ist da? Er ist schon wieder da. Spannend, spannend. Ah, der ist schon wieder fast down. Ja. Jetzt muss halt die SS-Frau hier mal was machen. Die scharfe Schnitte muss jetzt mal hier ein bisschen... Die Schwangerschaft. Schwangerschaft oder der stumme Schrei oder der satte Säbel. Oh, der ist auch fast down. Aber rennt dran vorbei. Warum? Das ist einfach nur kacke, was ihr macht. Die sucht die Luke, sage ich dir. Er ist aber noch nicht da, oder? Ach so, da sein könntest du schon. Stimmt. Kann, ja. Er ist... Oh, die andere ist unten im Keller bei ihm. Oh, die andere ist auch bei ihm. That's it. SS wird ster... Der ist er. Er hat dich gesehen, Baby. Oh. Glück, Glück. Ja. Aber trotzdem, der Hit zählt. Ja, dann verstehe ich es nicht. Die andere ist auch wieder draußen. Ja, die soll es nicht wieder liegen. Zack. Okay. Ja, der Luke ist gut. Nein. Ach so, hier ist manchmal die Luke, oder was? Da ist die Luke. Hm. Disconnected, die andere. What? Ja, deswegen ist die Luke gleich aufgegangen. Eigentlich gut. Besser für... Besser für... Ja, aber... Disconnect macht man nicht. Macht man nicht, denn... Guck mal hier, SS kriegt ja dann gar nichts. Ich habe nur 5000 Punkte bekommen. Und ich hatte den Kuchen der Flucht, muss ich dazu sagen. War das jetzt schon die zweite Runde? Also gucken wir jetzt Screamy? Nee, so können wir es nicht beenden. Das geht nicht. Steht eigentlich? Nee. Es war... Aber ich freue mich schon so aufs Popcorn. Oh ja. 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 Vielen Dank.